Wer ist Ron Bileck hier überhaupt? Und was ist eigentlich los mit ihm? Ja, guck mal. Manchmal musst du einfach... ...eifach sein. Und dazu gehört auch. Abo-ro-geekse. Ich seh's dir an. Du hast gestern die Gym-Session entzwürfelt. Ich hab nicht nur die Gym-Session entzwürfelt, dann aller der Jutster. Ich hab gestern wieder eine Flaschenshow entzwürfelt vom Maler-Fans. Gib mir den doppelten, ja. Oh Mann, ey. Sie fragen sich, wie dieser Typ sein Geld verdient, um sich im Januar einen Aufenthalt in Los Angeles zu leisten. I show's you. Und jetzt ein bisschen Haarspray. Mein Lieber, macht euch bitte gar keinen Stress. Okay. Okay. Alter. Ich muss nochmal duschen. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich. Ja, Ronny, hier musst du langen. Aus dem Weg, Gellichtfahrdiener. Wo sind wir? Bei der anderen Galaxie. Ich stelle heute nicht so viele Fragen. Schau's dir einfach ran. Ich bin sehr ruhig heute. Die Frage ist, ob du geniebst. Ich genieße in vollen Zügen. Ich genieße in vollen Zügen. Jungs, wie war's gestern? Ich musste gestern kacken und bin in den Club eingepennt. Es war ein sehr geiler Abend. Ich brauch die Anti-Karte-Tablette. Ivo Profaxe. Ivo Profaxe. Ivo Profaxe. Wollen wir uns da vorne einfach kurz in die Sonne setzen? Meinst du, da vorne scheint die Sonne? Meinst du, da vorne scheint die Sonne? Ivo Profaxe. And I love that you like my content. And I love that you like my content. Ich werde nackt sein, Elena angezogen. Aber ihr wollt alle ihn und mich nackt sehen, oder? Ey, Nico und ich, wir b**** uns gleich ein. Elena, ich muss b****. Was soll ich denn machen? Ich weiß es nicht. Ich muss b****. Ich weiß es nicht. Nee. Ivo Profaxe. Es ist ja ganz nett hier, dass die Jungs mich jetzt hier in unserem Salatladen aufgeführt haben. Ich meine, die sind alle echt ziemlich fett geworden. Aber es gibt halt einfach keinen Don für den Jörg hier. Wie soll ich denn überleben? Ey, ist das nett. Danke nochmal für das kleine Gastgeschenk. Das sieht nicht so aus, wie es aussieht. Meine allergalaxiereichsten. Ich hab mir grad den XXXXL-Pet-Berf. Schon das Söcke im Mikrofon. Meine allerbesten Jussen. Ich hab das Gefühl, ich bin im Krieg. Was ich mir bei dem Hotdog genervt habe, weiß ich auch nicht mehr. Aber den esse ich morgens am Frühstück. Ron, der Krieg geht weiter. Oh, Lika, lass mich mal in Ruhe. Oh, die geht nicht mehr. Nimm den was. Oh, nimm den was. Ah, Alter, die geht aus. Bitte. Ron, wir müssen jetzt los. Ron, wir müssen jetzt los. Ron. Okay, warte, ich bringe mein Ei in die richtige Position. 500% der Follower haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Deswegen schaller jetzt den oberen A**-Button ins A**-Buch rein. Was hat sie geschrieben? Ron Bilecki f***te mich behindern mit seinem Tornado in einer F***. I'm running out of e-book. Ich bin mit Ihren Ta**-Buch. Vielen Dank.